Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die wir uns gezeigt haben an unserem neuen Duettalbum Lebensleben. Wir können es nur noch mal sagen, wir sind sehr stolz auf dieses Duettalbum, auf unser drittes und wir haben einen Wunsch. Tragt unsere Musik in die Welt hinaus und denkt dran, eine CD ist ein viel schöneres Geschenk gegenüber Blumen. Eine CD hält ein Lebel lang. Ich möchte das mit dem Wasser jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir waren frohlich, weil lange 2017 gehen wir auf große Tourneen mit unseren Hits. Mit unseren ganzen Duett-Hits und mit 1, 2, 3 Solo-Hits werden wir unterwegs sein. Wisst ihr, wo wir anfangen? Am 14. Mai in Magdeburg in der Stadthalle. Und wir freuen uns auf euch. Da steht es noch mal. Wunderbar. Und jetzt freuen wir uns auf die Augenkaufsstunde mit euch. Bleibt schön gesund, alles Gute und auf Wiedersehen. Und jetzt freuen wir uns auf die Augenkaufsstunde mit euch. Vielen Dank.